Steinsäge. Willst du es dir angucken? Was genau? Das Regal. Uh. Ah, es hat bei mir noch keine Textur im Texture Pack. Das ist bei mir auch noch Default, weil es so neu ist, anscheinend. Mal mit Rechtsklick auf dein Buch. Okay. Ah. Danke. Okay. Ist cool, ne? Propos Regal, sechs Stück quasi. Genau. Hier oben ist jetzt noch... Borschtch! Was ist denn Borschtch? Das ist das Rote-Bete-Ding, das ich gemacht habe. Borschtch. Ist das ein Gericht? Echt? Das muss ich mal kurz googeln. Das klingt ja lustig. Schlag... Stärke... Borschtch. Erstmal eine Schüssel Borschtch. Krass. Tatsächlich ist eine Suppe, die traditionell mit roter Beete und Weißkohl zubereitet wird. Ja, das wird nur mit roter Beete. Aha. Sieht das ekelhaft aus. Ja, es gibt ja auch keinen Weißkohlbahn. Entschuldigung. Ich rede doch grad von Real Life. Ja, ich weiß. Ränkchen, Ränkchen. Rote Beete haben wir gleich bei Random Essen. Ja. Okay, dann... Können wir schlafen? Ja, ich sortiere das hier noch. Oh, ich wollte noch gucken wegen Wolle. Ja, jetzt noch. Ob ich ein Gemälde machen kann. Hallo. Ich bin da. Willkommen zum Schlafen. Ich hab gesagt, sortier das noch kurz ein. Du Pfiff-Mau. Eins. Keine Ahnung, wie ich das öffne. Zwei. Ich weiß nicht, wie ich das öffne gerade. Was? Chat? Tee. Sicher? Bei mir schon, ja. Ich hab's nicht auf die Fold alles. Zwei. Wieso? Du? Ey. Ah! Oh je. Oh je. Oh je, meine. Geht's dir gut? Jo. Und mir? Sicher? Ja, und mir? Wollte ich nicht. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Okay, und... Äh, dir auch und mir? Ja. Ja. Mir, dir auch. Haha! Cara, ich bin geistig, okay? Das funktioniert, glaube ich. Ah, ne. Hier geht's nicht mehr. Oder muss das wachsen? Kann man, kann man... Oh, da kann ich... einen Block... so... Aber wenn ich den Block entferne, glaube ich, entfernt auch... Nein! Es geht! Okay. Okay. Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert tatsächlich. Ich glaube, das ging früher nämlich auch nicht. Ja, es ist halt blöd, weil es direkt vor dem seiner Fresse ist, aber es ist halt mittig, deswegen... Ha! Wir haben jetzt eine Ranke zum Hochgehen. Mhm. Es ist halt kacke, weil es mitten im Weg ist. 100%ig sicher. Ja, ja. Es funktioniert, aber... Ja... Ja, da bräuchte man vielleicht schon außen lieber eine externe Treppe. Ne, ne, ich baue das anders. Jetzt hab ich mir sonst geholt. Perfekt. Naja, das gefällt mir nicht. Man kann schon das mit Ranke machen, dass man oben hinkommt, aber woanders. Zum Beispiel hier. So. Es ist wunderschön. Okay. Ich mag das Regal. Jo. Digger. Was für ein Störgeräusch bei dir. Entschuldigung. Ich hab mein Mikro wahrscheinlich angeklemmt. Hm. Mann, ich weiß es nicht, Alter. Alter. Das ist schwierig, ey. Weil wenn man hier hochkommt, dann ist man entweder direkt bei einem Tisch, beim Pool oder bei der Bar. Hm. Ja, da kann man das helfen. Ja, aber... Irgendwie muss man hier hochkommen. Haha. Ja, weiß ich nicht, wie man hochkommen soll. Ich lass das erstmal so, mir fällt nix... Was würdest du? Ich würd's von außen machen, nicht immer. Ja, ist schon klar. Aber wie? Und wo? Hinten. Hinten. Ja, das wär die einzige Option, aber da ist die Wand von der Bar. Mhm. Und in den Barbereich soll man ja auch nicht kommen. Ja. Und da sind die Widget. Schaffst du's seitlich hoch, sodass man knapp an der Bar vorbeikommt? Ja, an der Seite sind die Tische. Ich will nicht direkt, dass man an die Tische kommt, oder? Nein, ich meine von hinten. Ähm, die Bar ist komplett auf... Ich kann die Bar ein bisschen enger machen, das stimmt. Ja, ja. Ja. Das mach ich. Ja, genau, genau. Wo sind unsere Kessel? Ja. Das war ne Frage. Kessel sind normalerweise in der... Mh... Random-Truhe. Nee. Ja, doch. Die sehe ich aber nicht. Wir hatten zwei. Okay. Und dann hier noch. Wobei, hier kommt man nicht hin. Wir hatten zwei. Da kann ich dir nicht helfen. Super. Dann ist die Bar nur so eine Seite gebaut. Die wäre auch viel zu lang, das stimmt schon. So. Ja, ich geh jetzt Lava holen. Das ist besser. Lava. Okay, aber bitte nimm Warme mit. Nee, weiß nicht. Lass sie kalt werden. Ich brauch Obsidian. Nein, bitte nicht. Doch. Du brauchst Obsidian. Das ist ja lustig. Warum ist das lustig? Joa. Gott, ich hasse es, euch mit der Rücken heute zu filmen. Ich das hasse. Es ist so schlimm. Man kann... Man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, wenn man so ne Unterhaltung mit so ne Menschen führt. Boah. Danke. Oh! What the fuck? Voll Jumpscare. Oh Gott, wie furchtbar. Wie furchtbar. Ja, aber das sieht doch kacke aus. Ja, das sieht auch kacke aus. Das stimmt. Ich weiß. Hast du mich noch lieb? Hier ist so ein geheimer Gang. Ich hab dich natürlich immer noch lieb, ja. Aber dann machen wir uns parallel bei beiden Seiten. Mein Bein pulsiert. Wegen dem Fuß? Mhm. Das ist pulsiert im Schienbein. Das ist ganz witzig. 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 Mir fällt mein Arm ab, witzig. Aha, 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 aha. Aha, aha, aha. Ich find das hier in der Ecke nice. Ich würd das ungern so umbauen. Wie gerne, wie gerne würde ich dir für solche Kommentare einfach mal eine reinhauen. Hm. Echtst du das? Für welche Kommentare? Witzig. Mir fällt mein Arm ab, aha, 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 aha. Hm. Okay. Willst du auf die Fresse, oder was? Willst du auf die Fresse? Jo. Wär mal ganz cool, oder? Dann komm her. Dann komm her. Hä? Habe ich gesagt, dass er auf die Fresse will? Ja, hast du. Ja, und? Berechtigt dich dann, mich auf die Fresse zu fliegen? Berechtigt mir alles. Ja, ich berech mir auch gleich was. Ach, das hab ich schon. Öfters, oder? Vorsichtig, Kara. Mir was gebrochen? Spiegel nicht mit dem Feuer. Oh, ich mag's Glöntiles, aber. Okay. Ich glaub ich mach das dann noch eins enger. Ah ne, dann geht das da nicht auf. Krass ist, der Lavasee ist voller als man denkt. Das ist ja heftig, ey. Wieso sag ich das überhaupt? In den Kommentaren sind immer die schlimmsten. Hm. Danke. Bitte. Schlachtschüssel. Was? Was? Nichts. Schön, was ich drauf sagen wollte. Warum auch immer. Was wolltest du drauf sagen? Das sag ich jetzt nicht. Kara. Es ist nicht so schlimm. Diorits. Ich weiß nicht, warum du dieses Wort eingefallen ist. Sag einfach, ich cut's raus. Ich hab Todesurteil gedacht. Frage auch nicht warum, ich weiß es selber nicht. Warum muss ich das rauscutten? Keine Ahnung. Muss du gar nicht, oder? Weiß ich nicht, mach einfach. Warum soll ich Todesurteil rauscutten? Das ist drin. Wurscht. Okay, bei was ist dir das eingefallen? Ich weiß nicht, das ist mir gerade eingefallen. Sogar schon bevor du überhaupt was drauf gesagt hast. Äh, und was ging's gerade eigentlich? Was hab ich gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es fällt einem doch nicht random das Wort Todesurteil ein. Ich hab aber nichts anderes doch. Mein Kopf funktioniert so. Doch. Nee. Akzeptier's. Nee. Warum ist hier ein Tier? Was für ein Tier? Ja, in unserer Wohnung so ein Viech. Ein Gaul. Oha. Man schenkt einem geschenkt, äh. Man schaut einem geschenkten Maul nicht ins... Äh. Man... Man schenkt... Kannst du was sagen? Da war noch was Pause. Das war gerade kein Spaß. Nein, ich mach keine Pause. Das ist lustig gerade. Alter. Okay. So, es geht weiter. Das war grad... Weil ich kein Internet mehr habe. Okay. Ey, das war grad so lustig. Ich hab mich so oft versprochen. Das war für einen nicht gestaged. Auch wenn's so... Vielleicht so gewirkt... Hat. Ich hab die Hälfte leider nicht mitbekommen. Ja, das mit dem Maul. Mit dem Gaul. Ich hab so oft mich versprochen. Ich wollte sagen... Man... Bin ich das wieder verkackt? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Genau. Und das habe ich jetzt gerade ungefähr 20 Mal verkackt. Perrekt. Finde ich gut. Das war sehr lustig. Das war echt lustig, ey. Ich schau mir ganz oft... Ich hab... Ich kenn so von... Was? Das war das... Das war das Schwierige grad dran. Ich weiß nicht. Ich hatte halt... So viel Gaul, so viel Maul und Schau. Ganz viele Au-Dinger. Ja, gut. Kommt Zungenbrecher draus. Nee. Okay, ich hab jetzt den Weg nach oben gemacht. Man muss dann halt über die eine Seite. So, Wecker. Und jetzt? Ja, jetzt fangen wir gleich auf. Okay. Ich wollte nur diese eine Sache craften. Du kannst dir hier noch mal das anschauen, den Weg nach oben dann. Ja. Du wolltest ja eine Endertro haben. Ja, klar. Beide. Ich bin grad dabei, eine zu machen. Da kommt erstmal mein Schwarzpulver rein. Gibt's eigentlich was anderes außer Creeper, die Schwarzpul... also wie man Schwarzpulver kommt? Nein. Gut. Soll ich sie craften? Äh, wie viele? Kannst du zum Teil schon zwei machen? Nein, ich kann noch eine machen. Ja, dann nicht. Also ich kann noch eine machen, wenn ich nochmal Obsidiana baue. Ja, erst wenn wir halt beide eine haben, natürlich. Natürlich mach ich das noch schnell, das geht ja. Wo ist denn Obsidiana, baust du das ab? Äh, ob... Unten. Wo unten? Im Feuer. Ich hab grad extra Lava dafür geholt. Lava. Achso, du hast das Künstliche erschaffen. Ja. Lava von woher? Vom Lavasee. Musst du mir mal zeigen, wo der ist. Ja, du hast ihn doch gefunden. Aber ich versteh's nicht, wie man einen... Warum man keinen unendlichen Lavasee machen kann. Das hat doch gar keinen Sinn. Das glaub ich nicht. Warum sollte das nicht gehen mit Wasser schon? Hallo? Genau. Und weißt du es ungenau? Nein. Nein. Okay. Okay, ich trade noch kurz ein bisschen. Mach das. Mit meiner, ähm... Effizienz 3, Haltbarkeit 3, Spitzhacke geht das sehr schnell. Was? Äh, Obsidiana zu bauen. Effizienz 3, ja. Okay, ich benutze jetzt zwei Ender-Augen dafür, ne? Boah, Ender-Augen. Wie craftet man die nochmal? Äh, die craftet man mit Ender-Perlen und, ähm... ...den Staub von Alon. Ah ja. Soll ich das jetzt machen? Also du kannst jetzt zwei Kisten dann herstellen? Ja. Ja, gerne. Klar. Okay. Okidoki. Ich würde den, äh, Waffenschmied mal upgraden. Mhm. Dann muss ich halt für Smaragde... ...Exte kaufen. Ja, genau. Hab ich schon gesehen. Das ist halt ein bisschen blöd, aber ja. Mhm. Mach das. Ich hab was für dich. Jetzt muss ich ein Schwert machen. Ach, falsch. Ich hab was für dich. Was ist das? Ich hab kein Inventar voll, aber danke, ist gut. Warte, ich hab... Passt. Geil, in der Truhe. Und die ist wirklich so, dass nur der, der sie... ...also ich... ...getrennt und so. Ja. Krass. Man kann sie aber vom Gegner abbauen. Ja. Und wir haben ein Problem. Ja. Ich weiß nicht, wie man sie abbaut, aber ich hab sie gerade abgebaut. Ich hab was reingetan und sie abgebaut. Und jetzt hab ich Obsidian. 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 What the fuck. Also, die kann man nicht abbauen. Ich dachte, man kann sie abbauen eigentlich, aber ich weiß es nicht. Mit Brutzumgörl. Ja, mit Brutzumgörl. Warte mal kurz, ich teste das mal. Ja. Ja. Dann ist jetzt das Zeug, was ich reingelegt habe, weg. Es tut mir leid. Nice. Ich geh da mal Creeper zu. Was hast du reingelegt? Hallo? Hm, nix. Du hast ja gesagt, du hast was reingelegt? Ja. Ja, was denn? Es tut mir leid. Was denn? Äh... Das, was du eigentlich in deine Kiste reinlegen wolltest. Schwarzpum... 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 Deswegen hab ich grad gesagt, ich geh Creeper töten. Äh... Ja. Was nicht gut funktioniert. Das kann ich auch schon machen. Ja, weil du zu doof bist. Das kann ich selber machen. Es tut mir leid, okay. Es tut mir leid. Ja, ja. Toll, jetzt darf ich Behutzungkeit auf meine Spitzhacke machen. Hä? Ja, ich hab keine Behutzungkeit auf meine Spitzhacke. Digga, wir haben eine Behutzungkeitsspitzhacke, die wir uns teilen. Ja, aber wenn ich grad unterwegs bin und ich die Kiste nutze, ist ja... Man ist normal nicht mit einer Behutzungkeitsspitzhacke unterwegs. Das ist wertvoll. Ich mein mit der Kiste, nicht mit der Behutzungkeitsspitzhacke. Hä? Ja, was willst du sonst machen? Willst du die Kiste ins Lager stellen oder was? Warum? Ja, wo denn sonst hin? Hm. Ja, dann reicht ja eine. Ja, logisch. Man kann nur eine haben, hast du selber gesagt. Ja, wenn jeder eine hat. Das hast du ja gefragt. Das hat ja einer gar keinen Sinn gemacht. Ja, dann stell die hier ins Lager. Jetzt versteh ich gar nichts mehr, was du grad von mir willst. Dann stell die Kiste hier hin. Was soll man sonst damit machen, Cara? Die kann sie mitnehmen oder so. Und was macht das für einen Sinn, dass man größere Sametare hat? Theoretisch, ja. Aber das macht man auch. Das ist dämlich. Stellst du sie hier hin? Mhm. Wir machen die hier nebeneinander. Meine rechts und deine links. Ich hab doch meine nicht mehr. Hast du mir nicht zugehört? Ja, aber wenn du dann die wieder hast. Aha. Ja. Okay. Aber warte, ich kann doch hier reingucken. Ah, hier ist das Schwarzwald überhaupt schon. Wir sind doch keine Creeper-Töten. Hä, jetzt hast du es ja in deine Ender-Chests. Achso, ne. Ja, du kannst, du kannst, ich kann ja in... Woher hast du das Schwarzwald? Ich kann ja deins nicht sehen. Ach, jetzt hast du es... Ach, du hast deine jetzt da drin doch noch geholen können dann? Ja. Ah, ja. Wenn du jetzt reingehst, ist nichts mehr drin, ne? Ja. Boah, das ist echt cool, diese Endertruhe. Das ist schon sehr, sehr, sehr nice. Also du kannst halt nicht sehen, was ich hier drin hab. Was du hier drin hast? Also was ich hier in der Endertruhe hab, kannst du ja nicht sehen. Ist ja klar, ist ja klar, meine ich ja. Ja. So, Zaubertisch ist auch fertig. Hm. Mit den Bücherregalen, so wollte ich das haben, genau. Ich bring mal das Maultier kurz raus und dann hören wir auf. Ey, wir haben so eine krasse Welt schon, das ist so geil. Hm. Ich schwöre, Mashallah. Die Folge ist schon vorbei, ne? Ja, ich bring das Maultier noch kurz weg, dann komm ich noch verabschieden uns. Okay. Schau dir bitte noch die, die, die Wege nach oben an bei dem Haus. Mhm. Es wird langsam hell. Mhm. Und du meinst die Leiter? Ja. Ja, ist okay. Kann man machen. Geh mal hoch. Äh, ne, es ist nur der einen bei der anderen, da weiß ich noch nicht, ob man da einen Weg nach rum machen muss. Warum? Wahrscheinlich schon. Nein, lass das. Ja, aber da ist ja Mauer und Laub, also zumindest, zumindest ein Weg, weiß ich nicht. Nein, ich find's gut, dass du es hier an der Seite gemacht hast, das reicht. Ja, aber mit der anderen Seite weiß ich trotzdem nicht genau, wie ich das machen soll. Nix. Ja, aber da ist ja jetzt eine Mauer, die an den Steinen da grenzt, das sieht doof aus. Und? Mensch. Man müsste eigentlich dann die Seite da, äh, quasi Mauer und Laub weg machen und dann einfach den, ja, äh, einfach, dass hier dann halt Erde hinkommt, angrenzend. Ich weiß es nicht. Wäre wahrscheinlich besser. Ähm, Frage. Du hast ja fünf Emeralds gefunden im Dorf, darf ich die verwenden? Für was? Was? Ich wollte ihn hier weiter hochtraden. Was ist das denn? Glück drei, ah ja. Ja, oh, ich, ich werd mal ein paar, äh, Laternen machen. Ja, das wollte ich auch machen. Ja. Das lohnt sich. Ja, weil der ja relativ günstig Laternen halt hat. Ja. Okay, wenn du noch einen Trade mit ihm machst, dann gibt er umsonst wieder, also gibt er wieder, was du meinst. Mach ich. Nee, gibt nichts mehr Neues. Ja, du musst kurz warten. Du musst kurz rausgehen. Bin ich? Okay. Guck jetzt, was hat er? Glas. Tintenbeutel gegen Smaragd. Uh, das ist nicht schlecht. Ja, ich, wir haben welche, was wir holen. Einfach paar Squids töten, ja. Das ist dann quasi das Squid Game. Ich hab die Serie gesehen. Ja. Mein Beider. Ja, du denk ich mir. Es hat lange gedauert, bis ich sie mir angeguckt hab. Macht's das besser? Das ist gar nicht so schlimm. Nee, nee. Was findest du an der Serie schlimm? An der Serie nichts. Ich find's so daran schlimm, dass man immer alles, was im Trend ist, auch machen muss. Das hab ich nicht gemacht. Die Reinstimmten find ich schlimm. Äh, wir haben nur einen Tintenbeutel tatsächlich, tut mir leid. Äh, ja, das ist in Ordnung. Okay. Naja, da kann man ja die Squids dann töten. Okay, locken wir uns hier aus? Ah, ja, geil, Schwarte. Was hat mit der Verbrennung? Ach so. Wolltest du den hier nicht hochschraden? Ja, ja, aber ich, äh, die Axt geht grad nicht. Ah, doch, die ist günstiger! Ich dachte, Mann, weil es immer durchgestrichen ist. Das mach ich jetzt noch. Du musst so lang traden, bis der Pfeil durchgestrichen ist. Jaja. Wie bis der Pfeil durchgestrichen ist? Bis halt oben der Pfeil voll ist, der, die, die Leiste. Nein, nein, aber wenn, der kann so lang traden, bis der Pfeil oben durchgestrichen ist. Was gibt der? Ähm, vier Eisen für ein Smaragd ist auch nicht schlecht. Ja, aber es ist zu teuer für uns, weil wir können nicht so viel Eisen haben. Ja, gut. Ganz ein extra. Hier. Interessant. Schwarzpulver, äh, farme ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Aber du hast es doch wieder. Du brauchst es nicht fahren. Ja, aber desto mehr Schwarzpulver, desto besser, Bro. Gibt nicht genug Schwarzpulver. Jetzt kann ich Sachen, die du wirklich nicht finden sollst, kann ich hier reintun. Die findest du nicht. Ja. Kannst du dann Geheimnisse von mir wahren. Na, guck mal, ich kann das hier machen. Was hast du gemacht? Guck hier in die Kiste. Guck hier in die Kiste und sag mir, was fehlt. Nein, hier in die Kiste. Ja, Diamantblöcke. Also, ne, das nicht. Wer hat die Diamantblöcke wohl geklaut? Junge. Ja, das kann ich aber machen. Das kannst du machen. Mach's aber bitte nicht. Da fällt mir noch ein, ich hab hier noch Diamanten in der Kiste. Also. Wo? Bei dir? Oh. Tu mal rein. Wir wissen, wie viel wir haben. Das war's? Ja. Achso. Okay, wir hören uns raus, Kara. Wenn ich zu faul bin, das gerade loszuwerden, stopfe ich jetzt bei mir die Kiste, weißt du? Noch ein Tampel. Hier. Oh, jetzt hätte ich selber die Seite verkackt. Okay. Was? Oh? Unser basic alter Auslockpunkt. Ah, ja. Ne, das war eigentlich hier, wo die Hunde jetzt sitzen. Ja, aber jetzt haben wir uns dann hier hingestellt. Boah, ich mag... Warum... Warum sollte man sowas haben als Banner? So ein hässliches Ding. Ich mag sie. Ja, aber das ist so creepy. Sie sind nicht alleine ein Teil von hier, find ich. Lass es. Lass es. Bitte. Hm. Okay. Ich finde, ich hab mich dran gewöhnt. Ich will trotzdem gemeldet und machen. Okay. Dann, das war's. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.